Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal wieder Half-Square Triangles machen und einen Block davon. So wie ein Weihnachtskranz sozusagen, irgendwie sieht es so aus. Ich will es aber nicht in der Weihnachtsversion machen, sondern einfach in einer ganz normalen Stoffversion. Dazu brauche ich, ich will aber nicht 16, ich brauche 16 Stück davon und zwar in der Größe 3,5 Inch und fertig dann 3 Inch. Dazu nehme ich mir drei Farben und schneide mir hier aus dem blauen ein Quadrat mit 8 Inch, aus dem hellblauen, das ist der Hintergrund, 8 Inch und aus dem Blümchenstoff, hier ist auch so ein bisschen hellblauer drin, da auch 8 Inch. Und wie wir das dann weitermachen, ich mache nicht 16 einzelne, ich mache zweimal 8 Stück und schneide die dann und dann habe ich auch 16. So, das ist dieses Magic 8 und das verlinke ich euch, das kann man sich hier runterladen. Das ist kostenlos und ich finde das total hilfreich, aus wenn ich da 16 einzelne Dinger nähe, das ist mir einfach zu viel gedönst. Und diese schneide ich mir jetzt zu und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne weiter schauen. Also los geht's! jetzt zeichne ich mir eine diagonale Linie an, einmal von links oben nach rechts unten, bewege den Stoff nicht und einmal von links unten nach rechts oben. Und dann nähe ich jeweils mit 1 Viertel Inch hier daneben entlang und hier und das gleiche hier. Und das mache ich mit meinem zweiten Quadrat ebenso. Wer mag, kann es sich noch ein bisschen anstecken. Judith? 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 Jacqueline? Untertitelung des ZDF, 2020 Alle Quadrate sind auf drei End geschnitten und ich fange jetzt an mit dem Layout und nehme mir die, die ich hier so ringsherum haben will und lege den Hintergrundstoff, wie ihr seht, so zusammen. Und jetzt lege ich mir die hin, dass es so lang geht, dass der Hintergrundstoff nach oben zeigt. Dann hier so lang, dass es eine Raute bildet und diese hier dran. Und was ich jetzt mache, bilde ich einfach eine Spitze, indem ich die beiden hier so hinlege, den Hintergrundstoff so. Da habe ich die nächste Spitze, dann diese beiden und dann diese beiden. Und das sieht ganz nett aus, glaube ich. Diesen Block, den kann ich machen in ganz vielen verschiedenen Farben und Richtungen. Kann das auch so lang machen. So mache ich das jetzt. Der ist mir schön so. Wir nähen die zusammen, diese, diese, diese oder du nähst die ganze Reihe. Das bleibt dir überlassen. Ich nähe so lang. Noch, also rechts auf rechts, rechts auf rechts. So und so. Und schneide es nicht auseinander, lass es dran. Jetzt nehme ich die zweite Reihe. Und lasse die beiden Nähte hier richtig schön einrasten. Und nähe hier entlang. So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Und wir wügeln oder machen erstmal noch gar nichts. Wie ihr seht, es legt sich schon von ganz alleine so hin, wie es soll. Wir klappen die obere Reihe aufeinander. So, die erste Reihe ist dran. Und jetzt klappen wir diese um. Dabei achten wir, dass wir, achten wir darauf, dass wir diese hier nicht andersrum klappen. Und nähen auch hier wieder mit einem Viertelinchinat. So, das ist mein fertiger Block. Der hat eine Größe von 10,5 Inch im Quadrat. Und das ging super schnell. Hier habe ich so ein bisschen gepatzt. Aber okay, das ist halt so. Aber ansonsten kommen die Spitzen alle gut raus. Ja, und ihr seht, man kann hier so viele Varianten machen. Man kann es auch natürlich mit Resten machen. Ich habe ja noch ganz viel übrig von dem Be My Neighbor Quill. Da sind ganz viele noch übrig. Was ich hier mitmachen kann, ich kann zum Beispiel eine kleine Border ringsrum machen nochmal von 1,5 Inch. Und vielleicht noch 3 Inch. Und dann habe ich schon eine Kissengröße. Oder für ein kleines Kissen, für ein Baby kann man das auch machen. Also, das wird nachher dann, wenn ich das hier in die Mitte nehme und so nehme, wie ich eben gesagt habe, mit 3 Inch. So etwa ist das eine schöne Kissengröße. Wenn ich hier noch eine Border ringsrum mache. Oder auch als Platzdeckchen wunderbar geeignet. Ihr wisst ja vielleicht, ich bin so ein Makrak-Fan. Ja, so kann man das machen. Und wir sehen uns zum nächsten Vlog. Bis dann, tschüss. Ich habe jetzt hier eine Border ringsrum angenäht. Die ist 1,5 Inch. Und die Blumen habe ich jetzt wiederholt mit 1 Inch Border. Und jetzt mache ich noch diese helle Border ran. Und zwar so groß, dass es jetzt wirklich eine Kissengröße ist. Ich glaube, das wird 3,5 Inch sein. Ringsrum, das messe ich mir nochmal aus. Das, glaube ich, ist 3,5. Genau. Und so. Ich habe jetzt hier 3,5 Inch nochmal ringsrum gesetzt. Eine Border. Und das Kissen, das passt jetzt wunderbar. Da passt ein 50er Kissen rein. Ich finde das richtig schön. Das sieht so harmonisch irgendwie weich aus. Finde ich jedenfalls. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.